Im letzten Video hatte ich Ihnen gezeigt, wie man für quadratische Gleichungen und Ungleichungen mit Mathematics die Lösungsmenge bestimmen kann. Ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, wie das für Gleichungen höheren Grades geht. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Bevor ich anfange, wichtig ist wieder, dass wir als Lösungsmenge die reellen Zahlen auswählen. Und jetzt hatten wir zum Beispiel in der Vorlesung heute das Beispiel 3. Da sind die Gesamtkosten gegeben als eine Funktion dritten Grades. Ich werde das mal eingeben. Das ist also 0,1x hoch 3 minus x² plus 2x plus 9. Dann wissen wir, dass der Marktpreis bei 3 Euro liegt. Der Umsatz ergibt sich wieder als Preis mal Menge. Das wären 3x. Und es ist natürlich wünschenswert, dass sozusagen die Kosten kleiner sind als der Umsatz. Also kleiner als 3 mal x. Würde ich das dann schreiben und eingeben. Und jetzt sehen Sie hier, dass Mathematics das irgendwie nicht hinkriegt. Der sagt mir, die aktuelle Ungleichung ist so komplex, dass sie nicht gelöst werden kann. Da habe ich Ihnen ja ein tolles Programm gezeigt. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil was wir machen können ist, wir können immer noch die zugehörige Gleichung lösen. Und dann überlegen wir uns einfach, wann welche Seite der Gleichung größer und kleiner als die andere Seite ist. Ich gebe das zunächst mal als Gleichung ein. Also genau wie oben 0,1x hoch 3 minus x² plus 2x plus 9 und schreibe jetzt einfach ist gleich 3x. Damit würde ich jetzt sozusagen die Stellen herausbekommen, wo wir ohne Gewinn produzieren. Dann sehen Sie, da gibt es Lösungen. Die sehen ganz schön wild aus. Uns interessiert eigentlich nur das Hinterdem ungefähr gleich. Jetzt gucken wir uns diese Lösung mal an. Wir haben einmal minus 3. Das ist jetzt als Produktionsmenge natürlich nicht möglich. Sie können nicht drei Einheiten wegproduzieren. Dann haben wir noch die Mengen 2,93 und 10. Da wissen wir, an diesen Stellen haben wir jetzt einen Gewinn von 0. Jetzt ist die Frage, wo ist der Gewinn größer als 0? Dafür kämen jetzt drei Bereiche in Frage. Entweder der Bereich von 0 bis 3, der Bereich zwischen 3 und 10 oder der Bereich größer als 10. Eine Möglichkeit wäre jetzt, dass wir oben in die Gleichung einfach auf beiden Seiten mal für x hoch 3 gewisse Zahlen einsetzen, zum Beispiel 5 als Produktionsmenge und dann gucken, ob wir Plus oder Minus haben. Leichter ist es in diesem Fall, der Übersicht halber, sich eben diese beiden Gleichungen, beziehungsweise die beiden Seiten der Gleichung darstellen zu lassen. Das geht in Mathematics, indem Sie auf dieses Beide-Seichen dieses Ausdrucks als 2D-Graphen zeichnen klicken. Das hatte ich Ihnen beim letzten Mal auch schon gezeigt. Das machen wir jetzt mal. Jetzt ist das wieder nicht ganz der Ausschnitt, den man vielleicht gern hätte. Das zieht man sich jetzt ein wenig zurecht. So, und was sehen wir da jetzt? Die blaue Kurve, das ist unsere Kostengleichung und immer wenn die Kostengleichung oberhalb der Grünen liegt, das ist ja die Gleichung, die angibt, wie groß der Umsatz ist, dann haben wir ein Problem, weil dann kostet das mehr, als es an Umsatz erzeugt. Gut, da sehen Sie, die blaue liegt nur unterhalb der Grünen, wenn sie entweder weniger als minus 3 Einheiten produzieren, gut, das ist eben nicht möglich, oder eben in diesem Bereich hier, der zwischen 3 ungefähr und 10 liegt. Jetzt wissen wir also, die Lösung der Ungleichung ist, wenn wir nochmal auf die Zahlen zurückgehen, genau der Bereich zwischen 2,93 Mengeneinheiten und 10,10 Mengeneinheiten. In diesem Bereich würden wir also mit Gewinn produzieren. Jetzt brauchen Sie auch nichts weiteres Neues mehr lernen. Das würde für Gleichungen 5., 6., 7. Grades genauso funktionieren. Also der einzige Unterschied ist, Sie können für die Gleichung höheren Grades nicht direkt die Lösungsmenge der Ungleichung anzeigen lassen. Sie lösen stattdessen die zugehörige Gleichung und dann lassen Sie sich anschließend die beiden Seiten der Gleichung anzeigen und gucken dann, wann was größer als das andere ist. Und das sehen Sie, indem Sie gucken, wo sozusagen die eine Kurve oberhalb der anderen Kurve liegt. Ja, das wäre es dann.